Das goldene Zeitalter des Fernsehens hat begonnen. Wir könnten auf die Meinung anderer pfeifen. Fernsehen wäre stinklangweilig, wenn alle ein positives Vorbild wären. Wir könnten mehr die kleinen Dinge im Leben feiern. Man sagt doch, es kommt nicht auf die Größe an. Oder einfach mal ein neues Hobby ausprobieren. Es gibt wirklich nichts Schöneres, als einen riesigen, harten Brocken zu besteigen. Lasst es uns einfach tun. Wir müssen es tun. Drei, zwei, eins, los! Lasst es uns tun. Cartoons nur für Erwachsene. Das wird ein Spaß. Ich kann mich nicht von hinten missfahren. Morgen 21 Uhr auf Comedy Central Plus 1.